Anna Emakova, nach dem Liebesaus. Sie hat einen neuen an der Angel. Anna Emakova ist in Flirtlaune. In einem Edelrestaurant in London scheint sie sich mit dem attraktiven Kellner besonders gut zu verstehen. Anna Emakova ist wieder in Flirtlaune. Die Tochter von Boris Becker gab erst im Juni die Trennung von ihrem Freund bekannt. Vier Jahre waren sie ein Paar, er besuchte sie sogar während ihrer Let's Dance-Teilnahme in Köln. Doch das Liebesaus hat die 23-Jährige inzwischen scheinbar verarbeitet, denn in einem Londoner Edelrestaurant kommt es zur Flirt-Offensive. Anna Emakova bekommt ein süßes Geschenk überreicht. Die Let's Dance-Gewinnerin war mit einer Freundin in ihrer Heimat London shoppen, als die beiden Mädels einen kurzen Stopp in einem Restaurant machten. Womit Anna wahrscheinlich nicht rechnete, der, attraktive, junge, Kellner machte dem Model eine süße Überraschung. Auf Anhieb verstanden sich Anna und der Kellner super. Die Bäckertochter wickelte ihn scheinbar mit ihrer herzlichen Art so sehr um den Finger, dass er ihr kurzerhand eine Freude machen wollte und ihr ein Überraschungsei schenkte. Ob es seine Handynummer obendrauf gab? Auf den Fotos ist jedenfalls zu erkennen, Anna freut sich sehr über die kleine Aufmerksamkeit des süßen Kellners.